Autsch! Das ist fast, das sieht eigentlich verdammt wie Lego aus, ehrlich gesagt. Nein! Gut, dass ich die Elektrofähigkeit damit abgelegt habe. Watten Appetit! Der kommt mir bekannt vor. Wo hast du ihn denn schon mal gesehen? Und was macht der mit seinem... Warte mal. Omnom! Alter! Totale Innovation! Ein Horn auf den Kopf. Hätte auch irgendwie ein Nashorn gehen können, aber... Wow, 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 das sieht brutal aus. Das unterstreichen nun mal wieder, was hier verschwiegen wird. Dass Kirby einfach der Vorbote der Hölle ist. Das ist böse auf dieser Welt. Bevor seine Gegner elendig am lebendigen Leibe auffrisst. Ey! Na gut, das geht. Ich bin so dumm. Dragon! Vier Stück sogar. Tolle Wurst! Ich dachte, ich war halbwegs gesaved, aber... Das war eine Fehlannahme. Schiff hier. Schiff hier. Ähm. Schlimmer. Wow. Nicht so vorheilig, ja? Kirby digitiert zu... Rainbow Kirby! Mir ist alles recht, also macht mit mir, was ihr wollt. Wir würden für jeden Spaß so haben in dem Spiel. So. Autsch. Nicht für jeden. Ich korrigiere. Haha. So. Ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden, was ich damit ausdrücken wollte. Das ist blöd hiermit. Habe ich mich besiegt? Der Zirkus ist mächtig. Zirkus ist die Weltherrschaft. Hat euch das ein bisschen dumm rumgehüpfen? Scheinbar, ne? Aber Kirby ist halt ein bisschen langsamer, ne? Als die üblichen Helden. Auch gerne geeignet für die kleinsten Nachwuchszocker unter uns. Aber auch echte Männer spielen Kirby. Ja, die Kinder spielen Call of Duty. Echte Männer spielen Kirby. Ich wollte drüber springen. Ich dachte, da drüben erscheint die Tür oder so. Ah. Jetzt habe ich dich aber mal. Alter. Also ich habe ja schon viel gesehen. Aber das war echt das Ultimatum, oder? Kirby ist fast so ein guter Esser wie ich. Könnte den ganzen Tag machen. Sie haben wunderschöne Klappen. Schöner Soundtrack auch. Aber alles... Oh, verdammt. So. Wow, wow, wow. Hallo. Warum gehst du nicht? Warum gehst du nicht? Mann, Mann, Mann. Die Jugend von heutzutage. Gibt's ja gar nicht. Der Belastung macht das ja nichts aus. Da kannst auch du da rein, oder? Hier in diese Nische. Dann holen wir den. Nein, bin ich bescheuert. Nochmal. Ich brauch doch was zum Schmelzen. Ich fass es nicht. Oh, nein. Böms. Der Zweite. Und alle guten Dinge sind... Drei. So einfach, ey. Hier, mir geht die Energie aus, ihr Bücherfatz. Tolle Wurst. Böms. What the fuck? Macht mir das sowas aus? Geil. Ein farbenfrohes Ende.